Das OCT-Gerät, das REVO-NX. Mit diesem Gerät können wir unterschiedliche Schichten der Netzhaut untersuchen. Insbesondere ist das wichtig bei der Beurteilung der Makula, das heißt der schärfsten Stelle des Sehens. Es ist von besonderer Bedeutung, wenn man dieses Bilder mit dem Fundusbild kombinieren kann, dann kann man ganz genau gezielt die Bereiche abscannen, welche uns interessieren. Wann verwenden wir dieses Gerät? Bei allen Linsentauschoperationen. Vor dem Eingriff wird ein OCT durchgeführt, genauso bei der Graustauoperation und natürlich bei der Voruntersuchung, wenn wir einen Verdacht auf eine Pathologie haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017